Willkommen auf Modellpilot EU 2.0. 2.0 bietet Ihnen als große Anlaufstelle für männliche, technikversessene Personen männlichen Geschlechtes in jedem Alter eine ideale Plattform für Ihre Werbung, die Sie individuell einrichten können und direkt Ihrem Zielpublikum im Modellbau, Modellflug und Technikbegeisterung. Wie geht das? Sie brauchen nur ein Google-Konto, um sich dort diese Werbungsplatzierungen schnell und effektiv einrichten zu können. Wie geht das? Ich zeige Ihnen kurz noch diese entsprechenden Plätze zur Werbung. Es sind hier oben Werbung, dort ist Werbung eingeblendet. Im YouTube-Video selbst wird auch Werbung eingeblendet über den YouTube-Kanal. Sie haben hier Werbung, dort Werbung, hier Werbung und die werden automatisch eingeblendet und Sie werden einfach nur die Möglichkeit haben, einmal die Sache einzurichten mit einem Tagesbudget und dann wird es dort ausgeliefert. Wie kommen wir da hin? Ganz einfach. Sie melden sich in Ihrem Google-Ads-Konto an. Das ist hier oben. Sie sehen es da. Ads.google.com. Dann gehen Sie über Kampagnen, alle Kampagnen, Kampagnen auf dieses Zeichen Kampagne anlegen. Dann gehen Sie auf Marken, Bekanntheit und Reichweite, auf Display, geben Ihre Unternehmensseite ein. Geben wir einen Schritt weiter, aber Sie müssen Ihre da eingeben. Dann können Sie diese Display und Markenbekannte und Reichweite entsprechend einstellen. Sie können Ihnen einen speziellen Namen geben, heißt Modellpilot EU 2.0 Display. Sie können dann wählen, alle Länder Deutschlands erweitert. Dann die Sprachen, können Sie auch noch sagen, okay, alle, die jetzt diese Sprache sprechen, sollen dieses nur sehen. Wir lassen es auf alle Sprachen. Sichtbare Impressionen, Empfohlen oder Konversationen, das sind diese Gebote, wie man das macht, wie sich das automatisiert. Dann sagt man, okay, ich habe jetzt 50 Euro oder 15 Euro Tagesbudget und Sie können dann entsprechend auch jeden Tag oder Montag bis Freitag das entsprechend einstellen, wann die Werbung laufen soll und wann soll es beginnen mit Enddatum, ohne Enddatum und auszuschließende Inhalte. Na klar, das müssen Sie mal einfach durchklicken. Anzeigen Gruppenname ist dann Modellpilot EU Meine Werbung oder so ähnlich. Das wird dann später angezeigt. Die Zielgruppen brauchen wir uns nicht mehr darum kümmern, die haben wir schon. Das sind alles technisch versierte Besucher männlichen Geschlechtes auf der Seite. Und hier haben wir eine contentbezogene Ausrichtung und hier ist es wichtig, das Placement einzugeben. Hier nehmen Sie Placement, HTTPS, Modellpilot.eu, ein Placement hinzufügen und YouTube-Kanäle, dann geben Sie auch einfach mal hier ein Modellpilot, da haben wir es, fast 2000 Videos mit 26.300 Abonnementen aktuell, dann haben wir das Placement schon gemacht. Also hier wird Werbung und da wird die Werbung jetzt ausgeliefert. Und dann sagen Sie, okay, ich möchte jetzt gerne nichts eingeben, das ist automatisiert. Responsive Displayanzeigen. So, jetzt sagen Sie, das geht auf die URL. Jetzt kann ich Bilder und Logos hochladen, Videos auch hochladen, Überschrift setzen und Sie sehen dann, wie hier diese Displays, wie Ihre Anzeige sich entwickelt. Und die werden dann als Werbemittel auf YouTube sowie auch auf der Webseite, also im YouTube-Channel und auf der Webseite von Modellpilot.eu dann ausgeliefert. Einfach hier eintragen, Kampagne erstellen und dann läuft die Sache dann entsprechend nach einer Prüfung an. Und Sie haben alles selbst in der Hand, wie dieses hier auf Modellpilot.eu und auf dem Channel von Modellpilot.eu ausgeliefert wird. Stellen Sie Ihre Werbung ein, wir freuen uns darauf. Lieben Gruß aus Berlin und wenn Sie Fragen haben, rufen Sie einfach in der Redaktion an. Wir helfen Ihnen auch gerne bei der Einrichtung. Bis dahin, auf Wieder. Tschüss. 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 Schatiensjonùng turned auf. Vielen Dank.